na da kommst ich besser ich stelle mich einfach mal afk hin und du kommst dann mal an das einzige was wir jetzt eventuell irgendwo brauchen aber das ist wirklich rein für die optik wir würden noch mal in der handvoll von diesen glasblöcken brauchen oder müssen wir aber mit komplette schmiede abstellen dafür das stimmt allerdings ja die anderen beten habe ich aufgenommen jetzt alles drin wird kiel von stein mit eisen ok eisen und mit stein guck mal ich hab was für dich ich wollte den blei hier nehmen wird das jetzt hier von links vorne die erste machen gesagt okay da macht man alles sandsteine da klar aus holen am ende schnappt er hat er halt einfach mal irgendwo die schmiede da wo es sowieso nicht viel passiert würde ja ja ich bin gerade dabei gab es durchaus welche die was hier gar nichts gemacht haben haben wir eine kettensäge um die ich habe ich habe ja okay bist du gehen oder ich gehe schon mache ich das hier ach so hier dort laufen oder sind durch 4 können eigentlich entspannt sein geht es gut ich denke ich mal wo die fallen jetzt noch unten stellen sollte es uns echt gut gehen findest du den darfst oder er habe ich schon es reicht aber noch nicht glaube ich um alle aufzufüllen oder oder täuschen jetzt 2000 3000 darts gemacht und ich schau mal ich guck mal sie kommt auf der seite worden sehr voll ich gehe es nur um die hier voll nicht voll also voll 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 so was muss er jetzt noch ein voll klar ist es der also knapp also knapp 2000 bräuchte ich noch was echt muss man muss man gucken ob noch welche produziert werden aber ich bräuchte ungefähr noch 2000 ach mit normalen ach so ok das könnten wir hier machen und es sind das schon lange keine schreieren mehr gekommen ist oder ich habe gar nichts gehört ja wahrscheinlich die kommt geschützt vom tot vielleicht haben wir haben was muss ich mitbekommen gegen die das drin kann man patronen machen 600 schuss jawohl und hier laufen ja auch noch da 2000 ja genau ok dann passt ja die die reichen dann dann auf jeden fall da braucht man dann nicht noch welche herstellen ok ok wenn ich wieder in der rein also in der kettensäge habe ich auch schon modz drin mehr gehen auch gar nicht rein passt war gut hat luft so 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 Jemand. Die hier sind nur 900, also... Nee, dann geht der... ...dann barfnett ich was, oder? Nee, ja, ist egal. Oder hier auch... Neunst. Auch 900er Bäume drücken die Performance womöglich. Boah, wiese. Der Umweltschützer hier. Gut! Schöne Schöne So... sind ja nur 503 habe ich ja fast nichts zu tun glaube ich gerade hier in der schreierin getriggert hier bei mir bei dir ich habe zu tun also eigentlich hätte hier in dem haus schon längst was nach sparen müssen ok das heißt das heißt dass der bruder ja du hast noch deinen kleben ja ja schon aber ich habe mich immer gefragt ja was verhindert eigentlich den sport der schlafsack oder der land claim block also da fällt mir gerade was ein also ich schlafsack weil ich ja außen du hast doch dein schlafsack neu gelegt oder nicht nee du hast immer noch nicht neu gelegt nee dann macht das mal bitte hier technik kiste sind faser drin falls du ja da muss ich noch mal reingucken du hast du hast doch unten ich habe doch unten hier bei der bei den kisten am boden nee dann habe ich wieder aufgenommen ja dann habe ich wieder aufgenommen der wasche der war schon wieder kaputt ja ich weiß da haben die ob die kiste mit schlägt ne 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 Was ist denn da? Was ist denn da? Ja, gut. Das Bett wird nur angezeigt. So, was ist denn da? Nein! Oh! Und tschüss. Du hast es nicht mehr. Das war's. Das war's. Das ist schon eine Erweiterung. Bei Left kennt man ja schon, aber... Ja, das sind halt neue Inseln, neue Bauteile, also neue Gegner, irgendwie so Bären gibt's jetzt halt und auch irgendwie so eine Art mutierte Ratte oder sowas. Bei Left? Auf dem Floß? Bären? Es gibt ja Inseln, große Inseln. Ja, da gibt's irgendwelche... Ja, stimmt, da gab's irgendwelche Schweine und sowas. Du kennst vielleicht diese... Da kamen dann später dann diese etwas größeren Inseln, oder was heißt, die waren schon deutlich größer, da gab's Schweine, dann gab's, glaub ich... Papageien oder so, ne? Ne, ne, da gab's diese komischen riesigen Viecher, die hier mit Steinen, äh, nach dir geworfen haben. Das stimmt. Die haben sich hier so große Steinbrocken, äh, geschnappt und dann haben die hier so Stürzkampfbomber-mäßig, äh, haben die dir die, äh, das Zeug hier aufs Dach geschmissen, gell? Ja, da bin ich aber gespannt, okay. Und jetzt soll's auch, also jetzt gibt's noch neuere Inseln, irgendwie noch größere Inseln oder so, äh, mit neuem Zeug, äh, mit neuem... Also, äh, die Story haben sie wohl jetzt irgendwie so ein bisschen besser eingebaut, man kann jetzt halt wieder irgendwie so Zettelchen finden oder so und dann, das, äh, sich da so langsam so eine Geschichte entwickelt, wie es dazu kam oder irgendwie so, keine Ahnung. Mhm, mhm. Äh, auf jeden Fall, äh, größere Inseln, äh, neue Gegner, neues Zeug, also, äh, ja. Okay, ich bin die Feind, ich bin die Feind, ich bin die Feind, ich mach den Gegner an. Ja, und du kriegst doch hin. Ich werd dann, ich werd dann mal, wenn, äh, wenn das Floß halbwegs fertig ist, dann werd ich mal so ne Art, äh, so ein kleines Rundgang machen. Und, und wenn das, äh, mal aufnehmen. Ja. Oh, ich bin fertig. Warum? Oh, ich hab jetzt, äh, 406, äh, das heißt, es müssten 203 Bäume gewesen sein, gerade. Okay. Schnauze voll vom Baumfilm. Ja, ich hab grad immer noch 228 Spikes zu verteilen. Okay. Äh. Von 500, über 500. So, äh, das geht noch rein, das Garten rein. Soll ich, äh, ein bisschen Stein holen, oder, äh, was bräuchte ich letztendlich noch? Gute Frage, nächste Frage. Weiß ich grad auch nicht. Weiß auch nicht, okay. Äh, ich komm mal zurück erstmal. Genau. Hier drin ist auch niemand gespawnt, oder? Mal schauen. Hm, schaut nix aus. Äh, ich komm mal zurück. Äh, ich komm mal zurück. Hm. Hm. Weapon pack. Oh war das grad ne Sax of Wrench gell? Brauchst du ne äh ne Sax of Wrench? Was hast du für eine? Oh warte mal äh die bräuchte ja selber Ich hab ne 5er ja Ja weil ich hatte bisher nämlich auch ne 5er Jetzt hab ich ne 6er Abschließen Äh Modify Zack zack Abschließen Zerlegen So Hups Äh Nicht wundern wie es bei uns aussieht ne? Äh Okay Also man sollte zumindest nicht mehr in den Graben fallen Oh okay Mh wäre wäre ungesund ja Noch 75 und es reicht noch nicht mal Kannst du bitte oben nochmal welche herstellen? Ähm Äh Metallspikes Ja Mh Weil es reicht nicht Echt Mh Du weißt dass es schneller geht wenn man äh Holzspikes macht und äh aufwertet Ja Äh du willst hier nicht unten stehen und dann erst aufs Holzspikes äh ne willst du nicht Okay Ähm Die macht man mit geschmiedetem Eisen glaub ich ne? Ja Sooo Das läuft noch ein paar Minuten Weil ich überlege krass wie ich hier überhaupt rauskomme Turrets Cool Äh Spikes Ironspikes Wir gehen da raus 125 Erreichen 125? Warte mal ich guck mal kurz um die Ecke Okay Sonst müsste ich nicht mal andere raus Also Mach mal das dreifache davon Das dreifache sogar Ja Okay äh Dann mach ich äh Dreimal äh Die Menge hier Ja Ach hier steht Ach hier steht Hier äh laufen noch welche und dann stellen wir hier noch welche her Ironspikes Butsch So okay Läuft Okay So Was haben wir denn hier alles? Explosiv So Flintenmoney Ach das war's schon? Okay Gut Alles klar Ich will raus Ohne mir den Fuß zu brechen Ich hab' genau Ich hab' genau Ich hab' genau Ich hab' genau Ja 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 Hier 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 hab' ich gehen mit Okay Trinken 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 Das ist äh Geh' So So Machen wir dann auch erst mal ne 15 für heute oder? Ja Was eine 15 Was eine 15 muss? Nur Pause Achso eine Pause Ja 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 Ich hab' Ich hab' Ich hab' gekauft hin und wieder mal Äh Die hab' ich äh Ja Die hab' ich in der Technikkiste Da haben wir schon äh 52 Stück Falls du da was schustern willst Äh Aber ähm Was Äh was für ne Stufe werden denn die Die werden es nix Ja das ist die andere Frage Die werden es nix so prall glaub ich ja Was wo? Technik? Äh Technikkiste ja Da ist äh 52 Stück sind da dran Äh Ach hier Hm So warte mal Äh ich guck mal Äh Stufe 3 Ah komm Warum? Was muss ich da verlernen? Snowberry Was muss ich denn dafür können? Äh Uhhhh 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 Art Schwiegers Länger bleibt nur Light Armor wahrscheinlich ne? Äh Äh Ist mir Ist militär ist äh Light Armor? Ich hab' keine Ahnung Ich glaube ja Da hab' ich zwei Punkte drin Ja 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 ist Light Armor Ja Da haben wir ja Und mit fünf Was ging mit fünf? No fit to the core command Aufbattern We are room Pfff Reduce Light Armor Move in penalty Okay Ja Light Armor Okay Gut Okay äh Für mich ganz kurz Pause bitte Gut Pause Does it Hold's it Vielen Dank.